Hallöchen Freunde und Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Angespielt der Balls Shooter jetzt am Start. Gucken wir uns einfach mal an. Tap to Shoot. Ja, okay. Wir haben, seht ihr ja, wir müssen da reinziehen, oder? Ich werde kaputt machen. Bevor die nach unten kommen anscheinend. Ah, guck mal. Wir kriegen da immer ein... Nice. Ja, ich weiß. Wir kriegen dann immer ein Shooting mehr, wenn wir den da treffen sollten. Da hätte ich schon ganz Bock drauf. Aber irgendwie... Ups. Und ich kriege halt auch erst wieder, wenn wir äh... Boah, ich hätte schon ganz gerne getroffen, ne? Aber der will nicht so richtig. Immer noch nicht. Hier, jetzt habe ich den nicht mehr getroffen. So, jetzt schießen wir fünf Dinger. Pro Hit? Und ich sage, ziehen wir doch da einfach mal rein, oder? Nein, 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 nein. Und noch einer, jetzt sind wir bei 6. Ganz so einfach. Sieht einfach aus. So, voll nervig. Da oben haben wir einen. Die gehen alle den Ballen hinterher, ne? Zur Seite zu schießen ist das schon am besten. Ups. Ah, easy. Weiß nicht, was das Orangen ist, aber wir haben auf jeden Fall auch mitgenommen. Das, 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 das. Was haben wir da hinten? Vielleicht bald Trennung, aber so. Das war klar. So, die müssen irgendwie schräg reinballern. Damit sie da oben lang gehen und alles kaputt machen. Sehr gut. So soll es sein. Wunderbar. Sehr schön. So soll es sein. Schick. Wir können da oben nämlich Punkte sammeln, ne? Seid ihr hier? Mit jedem Tag, den wir machen, sammeln wir einen Punkt. Ich möchte da oben rein. Und da haben wir einen Ball mehr. Hm. So, da haben wir kaputt gemacht. Das Frosty. 25 kommen da jetzt. Okay. Wahrscheinlich ist das Einfrieren, dass das alles stehen bleibt. Ich hätte mir ganz gerne den weißen Ball da hinten geholt. Aber der will wohl nicht, oder? Nee, der will gerade noch nicht so richtig. Eingefroren. Der will jetzt erst mal stehen. Ich muss den hier vorne entscheiden. Erst mal ein bisschen kaputt machen. Ich habe noch ziemlich viel Leben. Ups. Wo ging der denn hin? Huch. Boah. Ist ja verletzend. Oh Gott. So, da oben will ich ganz gerne rein. Ballern um. Oh Gott, wo geht der denn hin? Ballern. Da, 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 da. Nice. Der hat irgendwie fail. Der ist genauso fail. Ich will den Hinterballern. So. Oh. Oh, zwölf Bälle haben wir schon. Schon ganz ordentlich. Aber hier kommen langsam echt viele große Dinger hier durch. Da, 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 da. Schon cool. So. Da rein will ich ganz gerne ballern. Oh, man kann doch doppeltreffen. Das ist natürlich auch geil. Verloren. 1539. Aber reicht. So. So, finde ich immer ganz toll, wenn die Werbung, die übrigens 49 oder 40 Sekunden ging, immer in einer anderen Auflösung gespielt wird. Naja, gut. Okay, meine Freunde. 50 Dinger bekommen wir als Daily Reward für den heutigen Tag. Damit kann ich wahrscheinlich einfach nur eine andere Farbe wählen. Genau. Was haben wir hier? Ach so. Geh weg. So. Okay. Gut, Leute. Freunde. Und das war's gewesen. Mal angespielt zu Board Shooter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video zumindest. Das Spiel muss euch ja nicht gefallen. Hat mir auch nicht unbedingt gefallen. Also mehr ist hier halt wirklich an Content nicht verfügbar. Wenn ich jetzt hier auf Play gehe, dann, genau, haben wir das Gleiche. Okay. Dann, wir sind's in der nächsten Folge. Wem es, wer spielt, äh, wem es Spiel gefällt und wer es spielen möchte, kann einfach bei Google, die das Spiel eingeben. Videotitel steht der Name von der App. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.